Moin und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns, PionTragisch, mit mir, Benjamin Disrespectable. Und ja, das Spiel nach 5 steht an, gegen Nils Lux und sein Team Singing Stars mit diesem lieben Plaudergeil. Und Spoiler, er hat das auch glaube ich in seinem Team, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Also zum einen mein Team, kennt ihr schon, langweilig, Next, sein Team und ja, da unten ist tatsächlich Plaudergeil zu finden. Er hat aber auch Mega Metacross, Pixies, Nebuna, Rotom, Heat, Milotic, Tantrax, Scaraborn, Amigento Normal, Mubbruder und Pampros. Und man kann sagen, das ist ein sehr, also geht Richtung Bulkio Offense, würde ich mal so behaupten. Also wir haben hier einige Monst, die können auf jeden Fall eine offensive Rolle übernehmen, wenn sie wollen, aber es ist schon mehr defensiv als offensiv. Und dann gibt es eben so zwei, drei Cleaner wie Scaraborn, okay das ist eher ein Breaker, aber sowas, wie es Nebuna als Cleaner und Mega Metacross. Und der Rest wollt einfach die meisten Sachen mit zum Tode. Also man muss erstmal irgendwas finden, was hier durchbricht. Ähm, das war die Aufgabe, die Kunst und ähm, mit folgendem Team soll mir das gelingen. Ähm, falsche Richtung. Ja. Nummer 1, Asef, äh, Tobutz mit äh, dem Expertengurt. Mit den drei Attacken trifft es eigentlich eine Menge im Team und es ist einfach gleich vorweg ein ganz wildes Set. Ähm, ich hab nämlich das Problem, dass Mega Metacross im Gegner-Team mein Team komplett zerfetzt und ich keine Antworten drauf hab. Und dementsprechend ist das Einzige, was mir eingefallen ist, ein physisch defensives Asef zu spielen, was schneller ist als die meisten Mega Metacross-Varianten. Und ähm, mit Fireblast hab ich dann die Möglichkeit, äh, Mega Metacross zu Two-Hit-KO'n. Ähm, wenn ich in den richtigen Move reinkomme, kann Mega Metacross mich nicht Two-Hit-KO'n. Das kommt aber drauf an. Und ähm, ähm, ja, Energy Ball für sowas wie Melotic und Psyshak für den Rest. Achso, und Energy Ball ist natürlich auch für das, ähm, Pampross. Dann haben wir Drapion und das, äh, ist ein offensives Swordsense-Set, aber mit der Sugarberry. Hintergrund dafür ist, dass einige Mons bei ihm halt Earthbreak können, zum Beispiel eben sowas wie Mega Metacross oder eben sowas wie Scaraborn oder Maruda. Und äh, da wollte ich dann einfach aufnommen, was ich hier gehen, dass, äh, dass da nichts Blödes passiert. Dementsprechend die Sugarberry. Wir haben Knock-Off und, äh, Earthquake trifft eigentlich fast alles und Poison-Jab als besten Step für den Rest. Und, äh, meine Hoffnung ist, dass nach dem Sword-Stance oder zwei Drapion auch in der Lage sein sollte, durch Melodic zu breaken. Dann haben wir Hariyama. Hariyama hat den Rocky-Helmet, ist Fist-Death und unsere We-Vile-Antwort. Ähm, durch Fick-Fat resisten wir sowohl Dark als auch Ice. Triple-Exo macht natürlich trotzdem guten Schaden, deswegen der Rocky-Helmet. Ähm, in aller Regel wird der aber leider oft weggenockt früh. Ähm, dann haben wir aber Fake-Out und We-Vile noch ein bisschen zu nerven. Heavy-Slam, weil das, äh, einfach ziemlich viel, äh, von den Monsten, die man checken möchte, gut trifft. Ähm, und auch guten Schaden macht. Äh, beispielsweise, äh, Pixie, welches reinswitchen möchte in Hariyama eventuell, bekommt von Heavy-Slam über 50%, auch wenn's Fist-Death ist, dementsprechend, äh, eine nice Sache zu haben. Und dann haben wir noch Knock-Off, weil Knock-Off geht immer, egal welchen Monsten, und, ja, Toxic. Um vielleicht eben das Methodik zu toxen, bevor es den, äh, äh, Flame aufkriegt. Dann haben wir Heatran und Heatran hat die Stealth-Frogs. Äh, dann ist ein Earthquake, und zwar, äh, hab ich nicht Earthpower gespielt, sondern Earthquake, aus dem Hintergrund, dass solche Monsten wie Tantrakt viel mehr Schaden kriegen von, äh, Earthquake als von, äh, Earthpower. Und ich mir vorstellen kann, dass es, ähm, eben so ist, dass, äh, das speziell defensiv mitkommt, und dementsprechend ist es mit Earthquake viel leichter zu breaken. Dann haben wir Magma Storm trotzdem als unseren besten Stab. Ähm, Trap hat die Gegner, macht die sicheren 12%, hat eine hohe Basepower, dementsprechend kann man darauf nicht verzichten, und wir haben ja trotzdem genug Special-Tag. Und dann haben wir Heavy Slam, äh, aus dem selben Grund, wie so Hariyama Heavy Slam hat, ähm, einfach als, äh, guter Steel, äh, Main-Step. Dann haben wir Ero, Sub, drei Attacken, Dual Wingbeat, Aqua, Tail und Earthquake. Ja, ihr seht schon, Earthquake hat fast alles in meinem Team. Irgendwie ist das halt ein guter Coverage-Move. Ähm, der Aqua Tail dient dazu, um sowas wie Pampos breaken zu können. Und dann haben wir Dual Wingbeat und, äh, also, und natürlich Rotom Heat, was wir hier mit unserem Set nicht treffen. Und Dual Wingbeat haben wir als beste Attacke, um sowas wie Melotic oder sowas anzuhitten. Ähm, da müssen wir aber nochmal schauen. Je nach, also, Sinn dahinter ist, dass, äh, hinterm Sub Melotic dann halt nicht beides machen kann. Entweder Scroll-Breaken oder Recovern. Und dass wir dann mit Dual Wingbeat ihn runterkloppen und ihn nerven. Ähm, mal schauen, ob das Ganze so aufgehen wird. Und dann haben wir Girantina mit, äh, Sub-Command wieder. Das bietet sich auch hier wieder an. Ich hab ein, nur ein wenig bisschen, äh, das Investment geändert. Ansonsten ist alles gleich. Ähm, wir haben, äh, aber T-Wave anstatt Will-O-Wisp dabei. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich sowas wie Pixi nerven wollte, falls es rein switcht. Und, äh, T-Wave mir dann nochmal hilft mit der Speed Control. Und, ja. Mal schauen, ob das Girantina hier was machen kann. Ähm, und wir sehen uns im Kampf. So, da sind wir im Kampf gegen Nils. Ich schreibe ihm mal Goodluck, Herr Fran. Und dann gucken wir uns noch mal an, was er jetzt mitgenommen hat. Mega Metacross wie bei Pixi. Ja, wir haben mal mit gerechnet. Melotic, Moruda und Drageige. Okay, ich muss sagen, nichts, was mich jetzt sonderlich überrascht. Ähm, gegen die meisten Mons haben wir uns ja irgendwas ausgedacht. Ob es gut oder schlägt, ist es einfach da hingestellt. Das Matchup ist immer noch beschissen. Zumindest defensiv. Und, äh, ja. Mega Metacross zerruft mein Team. Dementsprechend bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwas machen können. Ähm, naja. Man soll aber nicht zu früh aufgeben. Ähm, jetzt ist es wichtig, einen guten Lead zu finden. Dementsprechend überlegen wir mal. Melotic ist eine Antwort auf erodaktiv. Normalerweise leadet man jetzt nicht unbedingt mit Melotik. Kann aber schon passieren. Ähm, wir könnten mit Acer fliegen. Er war Revile aber schlecht. Ich kann, ich sehe, ich sehe ihn eigentlich mit Levi lieben. Besser diese Sache. Wir wissen halt gar nicht, weil ich mit Levi lieb. Hm. Dann geht er einfach noch. Ich glaube, ich leide mit Drapion. No. Ich leide mit Drapion. Melotic kommt. Ha. Okay, warte. Da würde ich dann gerne einfach mal locken. Bevor es Flame Off oder sowas bekommt. Leftovers ist es. Es bekommt den Burn. Schade war's. Okay, ich hätte ja jetzt schwören können, es wird Flame Off. Ähm. Gut. Drapion versus Melotic. Knockoff macht 37%. Okay. Das bedeutet, das ist irgendwie so ein Mixed-Ding, ja. Ähm. Also so eine Standard-Melotic. Dann macht Ero 60 bis 70. Okay. Mh mh. Er wird das halt wahrscheinlich re-covern. Könnte auf Swordslands gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erst mal. Warte, 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 warte. Wenn er aber jetzt auf Metaposch geht, ist es doof. Ähm. Lass mal schauen. Also. Die Sache ist halt die. Das Drapion wird Melotic nicht viel Schaden machen. Auch, weil Polter macht 30%. Und das Melotic ist ja Standard-Set. Ähm. Sowas. Ne. Also Mixed-Defensive-Thing. Genau. Das bedeutet, 30% höchstens. Päusen. Schade. Okay. Dann. Hm. Keine Päusen. Okay. Hm. Schade. Okay. Hm. Gerade war's. Aber. Wir könnten jetzt in Girantina gehen. Wir könnten auch in Asef gehen. Gehen wir in Girantina. Was ist denn eine Girantina-Antwort? Pixie. Ich bin dran dabei. Okay. 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 Toll. Wir hätten es haben können. Hm. Hm. Jetzt kommt der Flip-Term-Mode gleich gut. Jetzt wird's noch. Und jetzt kommt er auf. Okay. 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 Hm. Hm. Ein bisschen enorm dieses Ding. Ich würde sagen, wir sind schon einmal raus. Aber. Hm. Okay. Okay Unlock my mind und dann hetzen Ach shit Aber ja, wir müssen reinkommen Rocky Helmet ist weg So Dann Wir haben Damage schon mal erkalkt Was ist? Weavile vs. Hariyama Knock Off hat 25% gemacht Das heißt es ist Choice Bandit Dann wirds auswechseln Äh Äh Heavy Slam Der Masken rein Machen wir mal ein Prozent Ist schlecht Mh Könntens einmal knocken Wir könnten Toxen 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 einmal 25% So Und dann Und dann Uah Das ist jetzt Gefällt mir nicht Ich glaube ich geht jetzt in Gerontina raus Das ist Okay Willkommen Founder Wave Gut Teleport Aber Aber wir haben Clefable schonmal gete-waved Ey Das gefällt mir gar nicht Dass Draper noch Instant gegen Melodic so verliert Aber ich habe auch nichts Dass wir beim Teambilden Ja hätte ich das eben denken können Dass ich irgendwas brauchen Das Melodic break Ähm Ja Weaver ist wieder drin Mittlerweile sind die Eisattacken relativ 3 Ähm Ich gehe auf T-Wave falls er versucht zu Setupen Ach halt er ist Bandit Äh Ja Knock und Ice würden mich beide töten Dann gehe ich auf Harry auch mal Vielleicht gebe ich auch irgendwas Aber ich glaube das nimmt mich raus Mit Triple Ah ne ganz Triple Exit T-Wave Ah nicht ganz T-Wave 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 Quarantina vs. Omega, ne geht halt los. Ice Punch, ok je nachdem wie es investet, es lebe ichs. Aber Hex macht uns wirklich schaden, er wird den T-Wave erwarten. Geh auf Hex, wenn du auch hoffen, dass er den T-Wave erwartet. Und auswechselt. Gefehl bekommt 36%. 2x Left Ours haben wir schon gesehen. Ok, dann gehe ich jetzt in Heat rein. Ok, der Fall kommt wahrscheinlich wieder. Nee, Wish ist gut. Und dann krieg ich jetzt schon mal meine Lochs raus. Ok. So. Dann. So, das ist die Frage, was mache ich jetzt gegen dieses Ding. Gerantina. Stirbt aber ein Eisbeam. Aber der da mache ich auch langsam nix mehr, ne. Dann geh jetzt in den rein. Und kein Burn. Okay. Und dann krieg ich einfach Take-Out. Wow, dicker Damage. Und dann. Ja. I guess. Wir sagten das jetzt. Oh wow. Oh really? Oh my god. Oh my god. Das ist das. Hm. Hm. Jetzt wird's wahrscheinlich irgendwie kaum. Wie viel macht er so? Die Loten. Nichts. Ja. Das ist schlecht. Ah jesus. Ok. Hm. So. Jetzt sind Azafkin und Energy Ball. Macht aber Milotik halt gar keinen Schaden. Ich habe halt nichts, was Milotik bricht. Na. Das ist so ein bisschen schlecht. Ähm. Wir gehen jetzt in den. Und drücken. Hex. Ansonsten habe ich nur noch die Wincon mit. Ero auf Sub zu gehen. Irgendwann hoffen, dass er irgendwann mein. Äh. Dass er als Beparer wird, Wolf. Na halt dass es halt Bandit Weaver ist, bin ich schneller. Ok. Oh geil, sie kommt rein. Wenn wir eigentlich einmal in Heat drin. Kann uns Quirantina noch aufsparen. Ah dass es halt Tox ist, ist halt so nervig. Flip. Hörnd. Hahaha. Ok. Die Milotik kommt rein. Hm. Ah. Wie schaffe ich das jetzt dann durch zu Breaken? Wie gesagt, eigentlich habe ich eigentlich nur die Chance mit Gero. Aber dafür müsste ich ja. Aber dafür müsste ich ja. Ok. Das. Geht nicht gut aus. So. So. Und einmal. Hex. Hm. Wie gesagt, ich hab ich ja auch schon mal gesehen. Wie gesagt. Wie gesagt, wie gesagt. Ja. Wie gesagt. Wie gesagt. alles ist jetzt halt ultra schwierig rein in der theorie sieht Ero super aus solange Melodik low ist weil jetzt so langsam alles im range dafür ist Metacross natürlich nicht das ist das einzige Problem das wir haben Ero gegen Metacross, Leda, nee Topric ist nur ein Do-It von dem Bullet Punch tanken wenn ich höre doch okay aber boah das ist jetzt halt Hardcore der Mice kommt rein okay wir kriegen einen Kill äh Mice sehr gut Riva kommt rein also ich sehe nicht warum wir jetzt raus wechseln sollten und hat noch seine Aufgaben genau okay hat sich gelockt das heißt wir können eigentlich hier darauf gehen äh ja könnten einmal Sub haben sehr gut jetzt müssen wir auf Parahex hoffen oh okay okay das macht ja gar nichts auch weil es Parahex okay okay Alter ich passe einfach nur in Range für Bullet Punch ich muss versuchen oh ach die Parahex sind gut und schlecht zugleich es werden wohl gewesen wahrscheinlich 33 davor 32 das ist halt nicht an unserem favor melodic marvis 34 normalerweise also hat er noch mehr treffen ich habe ja als eine mal 32 das heißt selbst wenn er jetzt max defense ist und er ist auf 667 prozent nicht gut jetzt sind wir halt auch noch ein eisschaden nehmen wir nicht komm ich habe die melodic vorbei 14 15 kein para nochmals haben Okay, das wird nix. Ich würde sagen, ich würde nur ein Range Boom für Azep jetzt noch, aber das ist echt nicht gut. Okay, warte, das kann von Hedron gehandelt werden. Weeval ist halt schneller als alles, was ich hab. Du musst es aber jetzt rauswechseln. Okay, und jetzt Energy Ball. Ah, ich habe dieses Melodik. Okay. Ah, da kommt Green, weil... Ah, warte, wenn es Besutans darf es nicht haben. Okay, aber dann geht er auf Knock gegen meinen Heat-Trend. Hm. Ich glaube mir bleibt nicht viel übrig, als Rui war jetzt rein zu lassen. Schade, aber ich habe noch eine Chance. Okay, schade. Ero wieder. Und... Und was geht er jetzt raus? Und was geht er jetzt raus? Und was? 22 fürs... Nein, erstens das Ding wird nicht. Dann... Aber wenn ich jetzt auf den gehe, und der da hin geht, dann... Habe ich verloren. Ach, da habe ich sie wieso, ne? Okay, schade. So, Wingbeat. Okay, Killed, aber... Kilometer-Boss. Der hat halt Eisschad. Es lohnt sich nicht mit Eisschad und Bullet Punch hier rauszuwechseln. Aber wenn ich es nicht tue, kann er sich in... Nein, es ist verloren. Ich leb halt kein Bandit noch. Auf der anderen Seite... Ja. So, das ist GG. Oh, Mensch. Okay, also... Dieses Melotic war ein Riesenproblem. Ich hatte nichts, um es zu breaken. Und Girantina sah so gut aus, aber Toxic war dann ein... Was schade. Warum ist das überhaupt schneller als ich? Er spielt es Full Speed. Jolly. Alter. Ja, das ist GG. GG. Hm. 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 Eh? Speed Tide. Egal. OK. am ende sei schock kette also es war auf jeden fall ein knapper kampf mit lottik ist ein missfliegt alter der speedhalter mit einem mega krass am ende war einfach lustig ja ich habe was war das also gut also dann wir sehen uns im nächsten video haut rein und bei bei